Ich wollt's doch nur sagen, also. Solang kein Challenger ist. Das war schon der Fehler. Was soll ich mir holen, den Coin? Nee, das Schutzding find ich eigentlich so geil, ne? Aber... Nimmst du Gelb oder Rot als Wort? Ja, was willst du, was nimmst du? Wir können auch Doppelwort nehmen, ne? Mir ist egal, das ist einfach irgendwas. Aber nee, ich nehm einfach Rot, ich nehm Rot. Ach nee, ich hab schon Gelb. Du kannst doch auch wieder verkaufen. Sorry, kost's nicht, ich hab jetzt Rot genommen. Nimm ich nie normalerweise Rot, das ist mal was Neues. Warte mal. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Er ist DJ und Bodenputzer. Jetzt geh ich auf total untypisch. So. Ich hab mir grad überlegt. Boah, die ist so lahm, ey. Ich mix die Musik. Ich hab' den Weg. Grab in... Drei... Zwei... Halm im Weg. Wenn ich nicht mal da helfen soll. Naja. Warum invaden wir eigentlich nicht? Ne? Warum pullen wir eigentlich nicht? Ach guck mal, wie ich mit dem Feuerspiel erinnere. Loser. Vielen Dank. Bitte gern. Ah, Sin, Stretchen. Du bist echt lahm. Scheiße. Es ist interessant. Beide Quinnen und beide einen Charakter, der pullen kann. Ja, ne? Na klar, du hast Gold. Meine Worts. Warte, es ist extra, dass ich es sowas drauf schaust. Aber weißt du, dann machst du das. Ja, den kann ich jetzt grad nicht weg machen. Ne. Willst du mich grabben? Trash. So, jetzt hab ich eh... Ich bin auch der 1, Moment. Also ich... Ja, ihn kann ich eigentlich auch grabben. Aber ne. Besser sie, ne? Ja. So, jetzt hab ich Coo. Und jetzt hör doch mal auf da, ey. Weiß nicht, was sie geskillt hat. Da wird er wieder zuhauen. Da kommt er wieder. Da, siehst du? Sie wollen jetzt, also da? Ich bin nämlich da. Ach so. Oh, das läuft. Ohne Spaß, ich zieh den gleich deswegen. Das ist eh immer so weit hinten. Ich hab das grad gar nicht mitgekriegt, dass du gekommen bist, ey. Sorry. Ich glaub, da ist noch ein Ward drin, ne? Oh, Amun ist auch am Start. Glaub ich, dieser Dumble Ward. Gehen wir drauf? Ja, ich will nicht sterben, ne. Also, falls du das drauf gehen meinst. Warte mal, ich hab grad eh nur ein Ward, aber ich mach den mal hinter und sein. Mhm. Danke. Jojo. Crap einfach irgendein. Ja, ist so. Ich mach das jetzt so. Mitte. Und die gammeln die ganze Zeit hinter den Creeps. Die Kahl muss mindestens Diamant sein. Der hat richtig gut reagiert. Bot Lane! Let's do this! Feuerball, Junge! Ey, nein. Ey, wo kommt die Ami mit die Mumie jetzt? What the hell? Ganz schlechter Grab. Ganz schlechter Grab. Gibt's gleich bessere. Aber jetzt war's grad wichtig. Komm, Tower-Action, Tower-Action! Der ist schon tot! Der ist nicht tot! Nur durch mein Auto-Take ist der gestorben. Da war mein Entzünden drauf, du Hamster. Ja, und der hatte Schild. Ich geh dann mal! Haben echt Tower-Action gemacht. Ja, easy. Das mit Level 3, glaub ich, eben so. Oh, oh! Bacon! Bacon! Bacon? Bacon! Bacon in it! Probieren wir uns, wenn der wiederkommt. Dann nehmen die uns hier auseinander. Hm, ich will sie eigentlich nur nochmal kriegen. Oh, Mumu, sieht er dich? Nee. Da kommt wahrscheinlich auch gleich hier runter. Der wurde schon abgelaufen hier, ne? Wo sich die nachgucken. Schätze ich mal einfach. Oh, das ist nur am Start. Gut, das ist noch der Gammel-Wort da war. Na, jetzt ist... Wir wissen zumindest, was wir gewollt haben. Da kommt er. Hm. Jetzt haben wir kein Wort mehr da. Na, das ist doof. Ach so. Aber okay, die Range weiß man jetzt. Ja. Haben wir ausgecheckt. Da ist der Revolte kaputt gegangen, gerade. Ja. Und der im anderen wär's auch 100 Pro schon verbunden. Der war ja... Nein! Ih, wo kommt Kai denn her? Ih! Lauf mir entgegen! Mach mal. Ich geb dir noch ein Schild. Ah, da ist er ein Stück weiter. Ja. Drecksgenase. Warte ich vor, aus welchem Tor? Ich kann da nicht. Muss ich flashen, ey. Ah, die hat dir jetzt geholt. Ich kann nicht so viel machen, glaub ich. Ist ja echt jetzt einmal rumgelaufen. Wir haben ja auch nichts Besseres zu tun, ey. Ja. Aber, Alter, das heißt der Ruf war. Warte, wie hört er jetzt? Zwölf. Komm schon, komm schon. Ja, die soll... Alter, ist die da drin, ne? Ist da drin, ne? Ach komm, das war ein Miefel. So ein Mist. Ey, ich war aber echt überrascht, dass die auf einmal da war. Du guckst allgemein nicht so auf die Kerze, oder? Ja. Also, heute nichts. Kein Bock. Sonst auch nicht, dann meckert er sich immer an. Sack doch vorher! Stimmt doch gar nicht. Ja, okay. Boah, du lieber mal bot, damit ich TP gangen kann. Gut, gut, wie du willst. Wie du willst. Wie du willst. Wo ist er? Na, das war Fail. Lol. Ach, du hast rausgemacht aus Versehen, glaube ich. Nee, eigentlich nicht. Ja, dann direkt Riot anschreiben, bis hin aufregen, ne? Oh, nix. Der ist echt schlecht, ey. Warte, bis der Creep da ist, weißt du. Aua. Muss ja trotzdem mal irgendwann zurück. Ich lass die von mir aus an Tower pushen, kann ich vielleicht wegen sein, naja. Naja, okay. Weil jetzt habe ich Ulti und dir wäre einer eigentlich direkt tot, Exhaust habe ich auch noch. Vielleicht schaffen wir den, weil der ist Level 5, weißt du? Der hat keine Ulti. Ja, aber der will gleich Level 6. Oh, Dreck. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Don't worry guys, I got this. Naja. Kill. Ah, ich mach O-Fap, O-Fap. Oh. Hallo, Ken. Ich hab keinen Kill. Ich hab keinen Kill. Ich hab keinen Kill. Los. Hallo, Ken. Nee, nee, nee. Du bist tot, du gibst ihm den Kill ey. Oh nein. Oh nein. Nein. Warum? Warum? Oh, sie hat einen Passiv gesehen, oder? Nein. Oh. Das war hier dämlicher Scheiß-Dings da, sonst hätte ich... Habt ihr jetzt einen Doppel-Kill gegeben, oder was? Boah, wenn wir nur so eine gute Quinn hätten. Krass, wer die spielt. Ich bleib bisschen in der Base stehen. Brother. Ich bleib bisschen in der Base, mach was ihr wollt. Demacia. Ihr so einen Scheiß da macht, kann ich da nix für. Come on. Jetzt habt ihr noch zwei Kills gegeben, weißt du? Wo war unser Carry eigentlich? So ein geiler Game. Hehehe. 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 Ihr findet die Quinn und ich muss jetzt wieder ausbahnen. Ja, wir haben es nur fair gemacht, ne? 0-1. Hehehe. Hehehe. Alle einmal gestorben, außer Singed. Brother muss ja schon vor uns gefeedet haben. Nee, gerade eben hier gestorben. Weil jemand Singed, genau. Stimmt. Der ja auch gerade auch. Deine Platin im Sack hier. Das war ein Ward. Erstmal einen richtigen Ward hier. Du tust immer so, als ob das was schön ist, ja. Fuck so, mein Freund. Jetzt gibt's ne Scheiße. Komm, komm weg mit die Scheiße. Dennis, das Tur freut sich auch immer über den. Was ist das? Nein! Oh, damn. Scheiße. Warte. Wir hätten's laufen lassen sollen. Ja. Aber das war so verlockend, ne? Ja. Man kennt das ja. Boah, schöner Damage. Vielleicht geklappt. Oh ne Scheiße. Nice. Okay. Hier, Irelia, kannst du ja auch gleich snacken. Die hat kein Mana mehr, so gut wie. Moina, flicken Sieg. Ich froh sie zu dir. Da. Ja, die hat nen Scheißen Red Buff jetzt. Echt? Mhm. Ich probier jetzt den. Woher sie den denn hat, ey. Nicht von dem den. Ich weiß nicht, das nimmt. Ich probier, wie er einen hat. Ah ja. Oh maaas. Nein. 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 Ich wollte sie rennen. Ich hab's nur noch geslowed, aber. Diese kleine Biarche. Warum lässt du denen denn links entkommen? Du Eumel. Oh. Geht 8 zu 8 Na wie ist das? Ich hätte mal mehr Farben als sie und dann passiert so ein Scheiß hier Die verlockende Sache Ja Ah da bist du wieder Ich glaube wir haben Wapush Wo ist denn mein Supporter hier? Hallo Get rewarded Kale schon runter Ja Ich bring den Tower trotzdem fertig um Ja Ich bin tot, bin tot bin ich sowieso Also Ohne Spaß Nee Ja Trash Ulti an Ja Da hab ich mir gedacht Scheiß machen wir ein Tor Ja ohne Spaß selbst ich wär sogar noch direkt Aber bin ich ja zum Glück schon vor Shit So ne Scheiß ey Kling kommt Mitte Vorsicht Hier kommen alle Mitte Rise geht zurück Rise geht zurück Rise geht zurück Rise geht zurück Rise Rise Kaufe dir Rise Kaufe dir Rise Da da Dann musst du nicht hungern Yummy yummy So Rise Schmeckt auch gut zu Ratatouille Sind die bei uns am Red? Haben wir Spaß? Oder sind die beim Dragon? Let's bait den Bitches Ach man What is Is it Ja die werden bei Dragon sein Da waren sie auch Dann hat hier ein Mord drin Direkt hier Direkt hier Ich versuch's nicht Yono Nein Nein Die los da weg Komm her Ja wir fighten die hier Nehmen uns auseinander wie du grad siehst Aber haben Warum fighten wir die denn? Warum sind sie nicht weggegangen? Hä? Die hatten die auch Die hat schon Die hat schon zu viele Kills Die hat schon zu viele Items Mann Komm Oh shit Oh shit Oh shit Laufsinn Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht da jetzt zu kämpfen Echt nicht Komm der müsste reichen oder? Jawoll Ich kriege auch noch Ja Das war mein Plan Oder? Oh nein Oh 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 Shit Oh ne nicht schön War zu lang Ich hab keinen Sinn Können hoffen dass der Tower vielleicht noch überlebt Aber das wird dann nicht Bin ich rechtzeitig da Wieso bist du eigentlich hinter mir? Du bist doch vor mir gestorben Ich hab noch das äh Wartingsbeweiter geholfen Raza hat schneller respawns Geht Ja genau Da sind sie Ja Sie haut deftig Ja hallo Guck Die hat doch schon Dann tut das da voll Nein Nein Dieses ziehen ne Ich muss weg Ich muss nur was von weg Ja klar Ey Ernsthaft jetzt Oh nein Komm schon ehrlich Der Mumu kommt auch noch Ja Komm doch mit Ja Die Quinn macht ruhig aber fertig ne Denk dran Ja ziehste doch zu Lies hin hin Was machst du denn hin? Vielen Dank Die wär doch durchgekommen alter Die hat genug Speed Okay Ich hab sie zum Glück noch mal zu mir gegrappt ey Als Ulti an Da Alright Oh Letzt mich noch wenigstens Oh komm gerne her Wieso lebt der wieder Wieso wieder Bin ich gestorben Achso Jetzt renne ich auch noch ganz hier oben rum Ich depp Verliert Quinn eigentlich wenn sie die Stance wechselt in die Ulti kurzer die Tower Akku Oder ändert sich das nicht? Er hört sich wohl nicht Er hört sich nicht mehr Er hört sich nicht mehr Ich gewinn meine Land auch Stimmt Aber du bist Sinch Du musst die gewinnen Das ist wieder der Grund Den kommt zu euch Das ist ich auch Ich sag's ja auch nur Entstürze Komm her Komm her Komm her Wir müssen die Stance Du wirst die Stance Oh shit Kommst du noch weg? Joseph und ich helfen nicht wir pushen Du wirst so ne? Wir haben da Pusher Nein das gibt das nicht Am Rad Komm her Machen wir kaputt. Achso, ja. Meinst du, wir sollten gehen? Ich weiß. Dann eigentlich gar nicht. Oh. Dann gehen wir mit da. Wir beide jetzt nicht geguckt haben, ob Dings da ist. I'm going. Na, der macht Red, ne? Mhm. Was meinst du, soll ich schon weg rammen? Schon weg. Oh. Find ich da. Hab Exor. Warte. Oh, das. Oh Gott. Ja. Egal, Luft. Na okay, jetzt. Rai ist schnappig, no? Ah, no. Ja, lohn ist aber jetzt. Ja, kostet den killen. Tschö. Komm, fahrrad. Komm. Tschö. Tschö. Komm mal, kommt der einen weg genommen. Aber ich brauche auch Kills. Klingt egoistisch, aber ist doch. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ja, ja, komm einfach her. Ne, 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 ist gut. Die lockt uns doch nur. Nein, ich lopfte die nicht wegschicken. So. Ich wollte nicht sterben. Die Wind kommt wieder, pass auf. Das macht richtig gut, dass die gute Runde kaputt gerade ist. Das macht richtig gut, dass die gute Runde kaputt gerade ist. Mach mal. Mach mal. Ja, da kommt die Mumia. Woha, töten? Yo. Soll er machen gegen euch, haben wir gleich Ulti an, wenn er wegkommen will und dann ist gut. Ja, das war so klar. Ja, Alter. Wie schaden, ernsthaft? Hau ab. Ich throw den weg von dir. Ja, egal. Besser als Amuno, weiß ich. Wie die Laterne. Mach dir nix drauf. Oh shit. Jeder für sich. Was macht ihr da schon wieder, ey? Die Trier haben. Wir waren gerade zwei in Führung. Jetzt sind wir wieder gleich. Wie kann das dein? Ich weiß nicht. Anzeigefehler bei dir. Eigentlich steht 24-0 tot. Ist so. Ach so. Okay. Dann hab ich nix gesagt, überhaupt. Ich kann auch einen Screenshot machen und mit Paint drüber breiten. Dann treib ich das mit mir hin. Fühlt sich vielleicht besser. Vielleicht. Alter, was macht ihr für den Schaden? Mich verarschen? Oh shit. Ich bin echt da. Ich bin echt da. Keil kommt auch noch zu euch, ne? 4 und 5. Das ist nicht viel. So ein Schaden. Aber wenigstens hört Quinn auf zu farmen. Die ist ein bisschen blöd. Die war 20 vor mir. Jetzt ist sie 20 hinter mir hinfarmen. Ja, aber dafür hat sie auch 20 Kills. Na, hör mal auf. Sie hat gerade mal 11. Äh, ja. Aufsfall. Ja, das ist nicht gut. Die sind nicht gut. Nehmen wir in RICE. Lecker lecker RICE. Ich finde ein Weg, euer Team, um den Kumpel... Feuerball! Ja, und ich rette mich! Demacia braucht... Easy. Nein! Nein! Egal! Instant tot! Wie C-Hemo! Die waren zu fünft! Ich habe einen davon gekillt! Was willst du? Alles gut! Zerfiel lot! Master yourself! Master the enemy! Master your eyes! Ich bin selten! Ach, das ist nicht wahr! Der blinde Mönch! I've got this! Wollen wir Barrel machen? Kurzschreck, Teleboard! Was ist hier los? Was ist hier los? Ich bin ernsthaft zugegangen! Du wirst doch nicht in der Mumu entkommen, oder? Doch, lass dich! Ach, was? Oh, shit! Oh, I've got this! Ich grab' ihn weg! Oh, Mann! Anna hat mich schon wieder aufgewissen, ne? Nein! Teamwork! Teamwork! Ja! Das dachte ich mir geil! Danke, dass du da stehst! Dann siehst du sie hinterher! Der Hinterhalt! Ich lebe! Der Hinterhalt! Ja, den kann ich dann finken! Ich will doch! Brauchst du nicht finken! Macht doch gar keinen Schaden, der Dragon! So, ich propeller dann mal nach oben! Viel Spaß! Ein bisschen Karibik-Feeling! Ja! Ich brauch mehr Farm! Ich brauch mehr Farm! Ich brauch mehr Karab! Ich würde ja mal interessieren, woher Lieschen weiß, wo er seinen Mund hinstecken muss, wegen dem Strohhalm! Ja, normale blinde Leute können auch trinken! Keine Diskriminierung hier! Das war's ja nicht! War ja nur ne normale Frage! Was machen die da? Wo wollen die hin? Ich finde das nicht gut, dass die hier neben uns sind! Oh shit! Sieenged! Was da los? Was hast du denn hier für ne Mega-Ward? Die sichtbare Ward, ja! Aber erstmal müssen wir dann sagen, Bro, save! Was soll denn das? Ey, jetzt mach hier mal weg, dann! Ich hab auch so'n Über-Krassen-Ward-Low wie jetzt, oder? Ich fahr mal noch ein bisschen weiter zwischendurch! So viel Zeit muss sein! Also mittlerweile habe ich mit meinem Farm schon mehr als die mit ihren Kills ein Geld gemacht! Im Schnitt 30 Minuten seinen Kill! Ja, im Schnitt! Die hat ja kein Geld mehr für euch gekriegt! Ihr seid so oft gestorben! Du bist am meisten gestorben! Nein! Hast aber nochmal nachgeguckt! Zwei Stück sind öfter gestorben als ich! Nein, drei! Nein! Pass auf! Jeder für sich! Jeder für sich! Nichts geht! Abhören Sie nicht! Verdammt! Ich hau ab! Tschüss! Jeder für sich bot für uns alle! Ich bin ja nicht! Ooooooh! Drehst mir aber nix! Weg! Ah, ich war nicht im Ulti! Geh da für sich! Ja, ja, das sehe ich auch so! Geh weg! Oh, einmal anspringen, dann wäre sie tot, ey. Was ist denn Falschen genommen, da? Support du dich, mein Freund. Wie? Oh, lass mir doch auch einen. Die pusht unseren Top Tower, die pusht unseren Top Tower. Egal, machen wir Indy. Gucken, was wichtiger ist. Ja, der Top Tower. Ah, stimmt. Ist verloren. Nach 30 Minuten überschreckt. Oh, wir gehen weg. Also, ich habe das Endgame-Bild, ich kann nichts verkaufen. Echt? Ja, komm mal. Ich bin auch fast durch. Ich habe viel zu viele Kills gemacht. Findest du es da nicht ein bisschen gefährlich? Nö. Die sind ja hinter dir, ja. Achso. Hallo. Ich habe da meinen World kaputt gemacht. Moin, Leute. Hinter dir, ähm, besteht ganz viel, ne? Ja. Oh, cool. Dreh noch ein paar mehr, eigentlich. Was genau nimmt. Lauf oben jetzt links nach links. Quats. Wenn ihr holt, ihr habt ihn nicht tot. Also, ich boxe ihn mal eine Runde, okay? Oh, wow. Ach, du Scheiße. Äh. Kommt jetzt der Penta? Oder was? Penta? Penta? Ja, da ist er. Da ist mal einer, komm. Der ist er. Hol dir den Penta, hol dir den Penta. Der Penta. Penta? Ja, da ist er. Der Penta. Ja, und tschüss. Fünffach Tötung und tschüss, ja, sehr schön. Tschüss.